Such a beautiful day, babe. Aber ich habe noch eine Überraschung für dich. Überraschung? Schon wieder? Ja, logisch. Das Leben ist full of Surprises. Leila! Wen erholst du jetzt hier? Warten ab. Hallo, die hat Bikinis mit. Das ist eine ganz bekannte Designerin hier aus meinem Handy. Die macht nur Einzelstücke. Das ist aber toll, Schatzi. Nur Einzelstücke und die hat für dich mal was angefertigt. Schön, ich freue mich. Ich mache einfach mal eine Mondschau, oder? Ja, Logo! Genau das hat der Jota-Man doch nur gewollt. Bist du soweit? Ja. Lass die Spiele beginnen. Ready for die Mondschau? Ja. Hier ist Borat. Die weibliche Borat. Naja, schon ein kleines bisschen hübscher als Borat. Ist doch viel zu nackig. Ich mach mal ein Foto für Snapchat, dann können sich die gleich mal ein runterholen drauf. Ich liebe Shopping, Miss Maria. Ich meine, die meiste Zeit ist SEO-Online-Shoppen. Aber wenn wir dann einkaufen gehen, für mich ist das ja ein Genuss für die Augen, wenn ich sie dann in den Sachen sehe. Und Warenluxus legt man erst dann, wenn man seine eigene Hände-Abputzerin hat. Thank you so much. So, wo bleibt der nächste Bikini? Kommt sofort, der Herr. Ja, hey. Sagst du? Mein lieber Gesangsfeierter. Ja, du machst nix aber. Den findest du gut? Warte mal, ich, äh, ja. Das, was mein Schatz will, das kriegt sie, vorausgesetzt mir gefällt's. Also von dem, wenn uns 7 gefallen, dann nehmen wir 7, wenn uns 3 gefallen, nehmen wir 3, wenn uns 10 gefallen, nehmen wir 10. Das ist ja das Schöne, dass man einfach nicht mehr entscheiden muss, sondern, was gefällt, wird gekauft. War das mal anders? Oh ja, das war mal ganz anders. Das war mal, als ich bei McDonalds noch Sparmenü gegessen hab, mittags und abends, weil das Geld so knapp war. Da kann ich mich erinnern. Und, ähm, ich zum Beispiel, ich trag immer noch meine Badehose, und das ist jetzt wirklich ernst, von 1998. Die hab ich mir damals gekauft, die trau ich immer noch. Also von dem, die hab ich seit 1998 nicht gewechselt. Maria schimpft immer, weil sie sagt, das ist die Badehose der Erinnerungen. Das stimmt, aber reingewachsen drin geblieben. Ist halt doch sparsam, der Basti. Und Maria spart ab sofort am Stoff. Ich find den ganz schön knapp auf, ne? Knapp? Bitte dich. Uiuiui. Was heißt knapp? Schatz? Knapp XS? Bist hier in, äh... In Miami? Ja. Ist der Bikini zu knapp, sind die Brüste zu groß. Den nehmen wir? Wenn die Brüste nicht zu groß sein können, ist das der richtige Bikini. Den nehmen wir? Ja, logisch. Super. I love that. Next one. Yes. Sind Sie eigentlich eifersüchtig? Eifersüchtig? Auf was? Auf einmal die Männer, die vielleicht ihre Frau auf den Busen oder den Arsch schauen. Ist ganz einfach. Wenn er schaut, ist es okay. Wenn er heimlich Picture macht, dann geh ich hin und sag ihm was. Wenn er sie anfasst, hau ich ihn um. Also von dem, da gibt's einfacher Jutta Ruls. Next one. Next one. Oh, oh. Das ist zu knapp, Schatzi. Ja, vor allem schaut das aus wie so ein Heimat- und Handwerkskurs gemachter Bikini. Nee, das ist so Batik-Zeug. Das mach ich gar nicht. Aber dieses Franzenteil hat doch auch irgendwie viel zu viel Stoff. Nö. Okay. Das war nix. Ja, der ist vom Schnitt superschön, aber die Farbe gefällt mir nicht. Und wie findest du das Tuch? Nee, das ist... Viele fand's. Also ich fand den Roten geil. Okay. Die anderen haben mich einfach nicht umgehauen. Dankeschön, Schatzi, für die Idee. Ja, gerne doch. Natürlich, komm jetzt. Komm ja. Dankeschön, Schatzi. Jederzeit für dich, Schatz. Whatever my princess wants. I loves it. Haut zeigen, aber bitte mit Stil. Overknee-Strümpfe sind ein absolutes Must-Have. Egal ob eher schlicht, mit Zopfmuster oder in Strumpfhosenoptik. Kombiniert mit Kleidern oder langen Pullis machen die Trennteile echt was her.